Es sind Bilder, die einen zutiefst berühren. Zu sehen ist der 16-jährige Hans-Georg Henke. Sein Vater, der 1938 verstarb, sympathisierte mit den Kommunisten, sodass auch Henke Junior den Nazis kritisch gegenüberstand. 1944 wurde er zum Vollweisen. Kurze Zeit später wurde er eingezogen. Als er um den 1. Mai von den Amerikanern aufgegriffen wurde, entstanden die bekannten Bilder des weinenden Jungen im schmutzigen und viel zu großen Soldatenmantel. Er berichtete, dass er vor einem sowjetischen Angriff geflohen sei und um sein Leben rannte. Nach der Kriegsgefangenschaft trat er 1945 der KPD bei und wurde später Verwaltungsleiter im Finsterwalder Krankenhaus. Die Bilder erreichten nach ihrer Publikation große Berühmtheit und zählen zu den bekanntesten deutschen Antikriegsfotografien.